So, Peace Leute, herzlich willkommen zum eigentlichen Part 41. Ich hab diesen aber provisorisch einfach mal hochgeladen. Äh, haben wir nichts gemacht in einer halben Stunde, im Grunde haben wir einfach nur verkackt. Äh, ja. Deswegen. Wir haben einfach mitten drin aufgehört, weil macht ja keinen Sinn, so. Äh, wir haben jetzt gerade bis zum wichtigsten Punkt gerade gespielt. Also am Anfang sind wir jetzt noch. Äh, ja. Haben die langweiligen Diskussionen und reden jetzt erstmal hinter uns und können jetzt versuchen, den Gegner zu klatschen. Das hoffentlich auch so schnell wie möglich funktioniert. So, jetzt haben wir das. Wir werden es jetzt so machen. Wir werden jetzt alle Gates erst öffnen. Dann wird höchstwahrscheinlich schon das Teil sein mit, ähm, Dass wir, äh, Hideyoshi retten müssen. Ja. Und das war's. Und dann klatschen wir die einfach so weg, weil, äh, wenn das Spiel möchte, dass wir nach der Reihenfolge spielen, dann spielen wir einfach nach der Reihenfolge, so. Ich hab's auch nicht verstanden, ganz ehrlich, wie so das Spiel sagt, yo, du musst, du musst aber erst alle, äh, Offiziere klatschen, bevor die Türen aufgehen, so. Also, ja, im Grunde macht's Sinn, so, aber es ist trotzdem schwachsinnig einfach. Ja, im Grunde ist es einfach schwachsinnig, ganz ehrlich. Ich kann das Spiel mir tausendmal sagen, das ist sinnvoll, so. Lass mich doch einfach die Gegner klatschen, das Dorhaus einnehmen, was ja wirklich überhaupt nicht lange gedauert hat, so. Und wenn Kotaro meint, er muss halt, äh, auftauchen, dann kann er mich mal. Ich hab genug zu tun in dieser Schlaft. Und durch das ganze Rumlatschen dauert das sowieso ohnehin schon sehr lange. Und die Zeit hat man einfach gar nicht. Im Grunde bräuchte ich die Reservecamps auch nicht zerstören, aber ich mache es einfach aus Prinzip. Damit meine Verbündeten im unwahrscheinlichsten Fall das es tatsächlich mal machen. Mir ja zur Unterstützung kommen. Keine Ahnung, Hoffnungen gibt's ja. Trotz, dass ich auf Standard aufnehme und nicht, äh, auf HD, sonst hab ich ihn mal auf HD noch aufgenommen. Lackt das einfach nur. Weiß nicht, entweder liegt's an der Elgato einfach. Nehmen wir's mal gucken. Ich bin euer Opponent. Hier sind auch Reservecamps habe ich jetzt erst mal reingenommen. Hey, der Angriff ist einfach unnormal geil. Funktioniert nur nicht immer, aber wenn er läuft, ist er auch unnormal geil. Danke für die Hilfe. Schau, hier ich komme! Schau, hier ich komme! Another falls on my path to victory. Ein Mite wie das ist ein Rart find auf der Battle Wheel. Can't take much more of this. Another falls on my path to victory. Well done, Ida. But you have further to go yet. We must all help each other on the battlefield. Death to the intruders. These things are more than just a bit annoying. Take out the officers controlling them. So. Another falls on my path to victory. Remember, slow and steady wins the race. Achso, du hast ihn schon defeated, Gott. Aber noch ein Reservecamp, das nehme ich. Well done, Ida. But you have further to go yet. Don't waver. The Tachibana will not be beaten. None can escape the reach of my bow. I am in your debt. The Tachibana will not be beaten. How strange. Is your main camp of no value to you? Ach so, da oben kann ich rein, ne? Okay, dann machen wir das auch so. Get back here! They are all over the main camp! Ja... Bin unterwegs. Gut, das ist offen. Das heißt, ich kann dir hinter dir her gehen. Und zum Beispiel das Reservecamp da wieder ausschalten. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang einfach Ultra-Probleme damit hatte, die Stages auch zu können. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Ich meine, jetzt kenne ich die Stages fast alle auswendig. Ja, was heißt fast alle auswendig? Man macht immer noch Fehler so, ne? Du hast Aufgaben, aber die Leute sterben halt schneller. Oder was halt passiert, ne? So, gleich nehme ich mein Pferdchen mit, ey. Weil ich die da alle geklatscht habe. Don't waver. The Tachibana will not be beaten. Und da ist der Z comum, wenn ich kein Khmer praktisch possêu da ranbe. Wenn ich die Autorz mit verschlemmen. Danke. Ausi-B由ch! Ach, äh, yara! E Akt! Da ist ein Geist! Bueno, Le하는 haben, aber das nicht neutralisiert. Your Pop sure is an impressive guy, my dear. He's the kind of hero who will still be remembered hundreds of years from now. Thank you. I'll do my guess that I may be remembered with him. Phew! I wasn't sure I was gonna make it out of that one. The end isn't ever. Another fall is on my path to victory. A beast like that is a rare find on the battlefield. Another fall is on my path to victory. Well done, Ida. But you have further to go yet. Another fall is on my path to victory. I find it super, that they are sometimes still very good at the time. Almost always. Bis ich angegriffen habe. But that's find ich ja ganz nett. Ja. Scheiße. That's what I can do, but I can still hold it out. Okay. Oh, sie ist gestorben. Tja, wie kommt das wohl? Weil ich nicht dabei war. Ist doch logisch. Lächerlich, ey. Wir sind alle am draufgehen, warum auch immer. Junge, das sind doch nur ein paar Püppchen-Einheiten, ey. Und die gehen drauf, als wenn es Dark Souls wäre, ey. Wenn man hier Dark Souls spielen würde, dann würde ich sagen, jo, alles klar. Ich glaube, ich bin sogar der Erste, der dann draufgehen würde, so. Aber mal ganz im Ernst. Es ist nichts. Das Spiel hier ist deutlich einfacher. Also. Ja gut, ich meine, es gibt hier auch Situationen, die sind echt für den Arsch, so. Wollen wir denn hier? Da hinten haben wir eins. Das müssen wir nämlich einnehmen, weil... Da. Mal die Truppen mal wieder meinen, dass das eine tolle Idee ist. Gott, dann kill ich euch so. Du fließt nicht. Du hast gar keine Reach, ey. Du hast gar keine Reach, ey. Du hast gar keine Reach. Du hast gar keine Reach. Na ja. Ja. Might like that is a rare find on the battlefield. I've been wanting to see what you're paid of. I can't take much more. No one can escape the reach of my bow. Reicht ihr? Alles klar. Na, warte mal, dann retten wir die gerade. Wenn wir den Kanonen ist das glaube ich sowieso egal. Ja. 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 ich gehe jetzt davon aus dass teil eingenommen haben alles andere welt irgendwie dämlich finde ich ich bin ich bin ich bin Oh. 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 So. So, dann können wir jetzt nach oben steigen. Da wird ja, glaube ich, Kotaro auf uns warten. So, dann können wir jetzt noch weitergehen. So, dann können wir jetzt noch weitergehen. So, dann können wir jetzt noch weitergehen. So, dann können wir ihn einfach so. So, dann können wir jetzt noch weitergehen. 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 Stay quiet, you wanna stay alive? We can't just leave our village. Cool. All right, let's get down to business. All right, let's get down. 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 All right. All right, let's get down. 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 Here we go. Yeah. How do you feel? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Du hast, wie du mit Bicke spielen kannst. Wie bist du. Alles klar, komm und geh. Ich bin bereit, dich zu nehmen. Ein weiterer Fall ist auf meinem Weg zur Verkaufung. Gut gemacht, Finder. Aber du hast noch weiter zu gehen. Ciao. Teil ist es, nicht mein Pferd. Egal. 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 Aber wenn eine Gorgeous-Woman hat die Persönlichkeit als ein Stern-Ole-Man. Ich habe gewonnen. dann kann man ja der nächste gleich machen dann wird ja wahrscheinlich Sikigahara sein die nächste also gehe ich halt sehr sehr stark von aus ja gibt wenig zu erzählen gerade deswegen konzentriere ich mich tatsächlich sehr auf spiel gerade man sieht ja auch wie gut das gerade läuft ja gut das soll man großartig sagen wir machen eigentlich die Sikigahara wie ich es gesagt habe wir machen die gleiche Missionen halt wie mit Tadakatsu und Ieyasu spielen halt die gleichen Sachen gerade nach und ihr Vater Tadakatsu took to the battlefield to participate in the greatest battle of the time the sooner this foolishness ends the better the tokugawa will roll japan chapter 4 battle of sekegahara may my arrows guide us forward die können wir ja schon sei das gleiche wir starten nur diesmal da we turn the corner man when this battle ends peace will rain for our lord for the countless people who dream of may my bone lead us to the future we seek we have a rage for master Kobayakawa to defect to our side until then leave him be und koncentrate your attacks elsewhere there's really no point in teaming up with you I think I'll wait to see if the tokugawa can gain the advantage we must deal with the western army's cannon cannons are a fearsome invention indeed good thing we have some of our own our cannons are essential for victory do not allow them all to be lost our cannons are essential for victory do not allow them all to be lost bear you trying to take my head die 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 Good riddance, Traitor. Destroy their main camp while it is at its weakest. The Tachibana shall lead the way to victory. I shall be your opponent. I could be on the Tokugawa side before I'm for it, Okuchi. It appears that Kikawa and Mori have the old desire to join me. Another fall's on my path to victory. Well done, Ida. But you have further to go yet. Looks like I should go aid the Tokugawa now. But I don't want to be called a traitor. Look out! Here I come! Another fall's on my path to victory. I bow to your skin. Curse you, Kobayakawa. Haven't you now made up your mind yet? Forget it. Fire down on Kobayakawa from Mount Matsu. Müssen wir uns gerade beeilen, dass wir das gerade machen? Fewer times go, if you are. Okay, so you can't put your chance again. Excuse me, so you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. I'm sure you can do it. Ich sehe, dass Tokugawa's 4 großen Generals kommen highly overrated. Two of my best officers. Bastards with such ease. Ich sehe, dass ich ein Protokoller bin. Another fall's on my path to victory! Well done! I haven't yet to go! I will never give up! Never! None can escape the reach of my bow! so und jetzt renn runter die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mehr wird auch Zeit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben die geilste Moral und ihr sterbt trotzdem, wie die fliegen, ey Meine Fresse, seid ihr schlecht Die ist die ganze Zeit nur am blocken, ey Dann kill ich eben jeden einzelnen General von Hand aus Wenn ihr da drauf Bock habt, gerne, bitte Das ist mir so pissegal, ey Ich kill jeden von euch Ja Looks like our pursuers have given up the chase Good fighting everybody Now let's go home in victory Don't give you heroes she doesn't Only you would seek the Lord in your feet Tja, ich kam ja hier nicht eher weg Das ist das Problem, sonst Ich hätte ihn wieder erledigt, aber wie gesagt Ina ist super, ohne Witz Die ist echt nicht schlecht Aber ein Teutakatsu Honda ist einfach unnormal gut Der ist einfach im Vergleich zu ihr Legende Weil wir mit ihm einfach alles gerissen haben Also jedenfalls werden wir ernsthaft ge- Also ich meine ja, wenn wir ernsthaft gespielt haben, so ne Ah Mist, Musashi Hast du ein Glück, dass mal wieder Die Leute lieber mal wieder gerne Leute nicht aufstehen wollen Lassen wollen Wenn wir an oder? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Aber ich bin mal gespannt, welcher Kampf der Letzter sein wird bei Ina. Weil die Rivalen haben wir ja gerade gekillt. Also gehe ich von aus so, es sah jedenfalls so aus. Ich habe es mir jetzt eher weniger angeguckt, weil ich lieber kämpfen wollte. Ich denke, es reicht noch. Ich brauche Hilfe! Hilfe! Ich bin froh. Ich bin froh. Warte mal. Okay, das geht. Das Teil gehört uns noch. Also ich find's ja super, dass ihr mir folgt, so, ne? Aber ist schon ein bisschen nervig. Das Teil gehört uns noch. Ja, das war jetzt keine Gefahr, so, ne? Aber... Ich brauche Hilfe, jetzt! So. Feierabend. Du stirbst trotzdem. Hä? Okay, seit wann haben wir einen Mönch einfach auf unserer Seite? Erstes Mal, dass ich einen sehe, der bei uns kämpft. Ein Defense Captain haben wir. Hm. Oh, die guten Sarkon habt ihr aber auch richtig vermöbelt. Wow. Das muss man ja sagen. Trotz, dass so gut wie alle abgeschlachtet wurden. Ich bin nicht schlecht. Na, da ist auch da. Ich bin froh. Ja, da ist auch ein bisschen. Das ist auch ein paar zu tun, was ich für mich auf die Begriffe. Ich bin froh, dass ihr in der Kampf ontwuchs. Ich bin froh, dass ihr in der Kampf. Gut, gut, gut. Das war's. Jo. Leider keine neue Waffe gefunden. Da waren wir nicht gut genug. Anscheinend. Naja. Passiert. Die Osaka-Kampagne wäre unsere nächste, okay. Ja gut, Leute, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Eventuell werde ich das hier doch in einen Part umwandeln. Wir sehen es. Na gut, Leute, das war es. Wir sehen uns im nächsten Part von Summer of Warriors 2 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus und ciao.